Hallo ihr Lieben, Tanja mal wieder. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr erkennen könnt, ob ihr ein Ei noch verwerten könnt, also essen könnt oder nicht. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt euch ein Glas Wasser oder eine hohe Schüssel mit Wasser, irgendwas, was ihr hoch mit Wasser füllen könnt, nehmt dann das Ei aus der Packung und lasst es reinfallen. Ihr seht, das Ei liegt hier auf dem Boden, das heißt es ist noch frisch. Würde das Ei hingegen hier an der Oberfläche schwimmen, würde ich es entsorgen. Das könnt ihr dann hundertprozentig nicht mehr essen. Ich hätte es euch lieber gezeigt, aber da ich Lebensmittelverschwendung hasse und keine Eier wochenlang im Kühlschrank liegen lassen möchte, nur um euch das nochmal praktisch zu veranschaulichen, müsst ihr mir einfach glauben, wenn das Ei hier oben schwimmt, esst es nicht mehr, sondern schmeißt es direkt weg. Macht's gut, eure Tanja.